direkt rein in die nummer so nach uhrheber suchen neueste map gefiltert ratchett holiday bash easy und holiday bash warning jetzt habe ich mal extrem gespannt ja bestimmt die mucke wieder ausmachen muss ach so ja das hat er mir gesagt stimmt ja nämlich es gibt die konfiguration für baby geil es macht mal hart scheibendreck das ruckelt ja wie die sau bei mir ruckelt nix das gleiche sekunde ja komm mal her kau dir mal ein ast über deinen pferdekopf drüber das ist hart ey das ruckelt jetzt wird langsam besser bei mir ruckelt nix ich kann äste einsammeln ach ja die konntest du schon immer ja seit ich wollte keine m drücken für die map ich bin grad so frostbillet geschädigt ja irgendwie konnte man die doch dann zu seinen favoriten hinzufügen was war als favoriten du musst ja kuh drücken für das waffenrad nein ich mein die map ach so das stimmt komisch ah geht jetzt hin vielleicht geht es nur wenn ich äh hoste was ist da dann als favoriten mach doch später das hat ja noch gar keine relevanten das ist ok weil wir hier sind in this world wo geht es denn weiter ähm monsieur hier durch der berg ach der berg ruft ja genau ah ich sehs sagen wir nur der berg ruft das ist dann alles in ordnung das ist geil Ratchet hat direkt so ein intro gemacht weißt du was direkt abspielt wenn du vorbei rennst guck dir mal nach oben ja das habe ich gesehen ja ja sicher wenn du ja vorbei rennst dann zieht hier quasi wie an dir vorbei als würde ein star wars film hocken shopping tour sehr schön ja das kann man so machen kann man muss man aber nicht ja rollo was für kinder ja da zu machen ich guck mal unten lang soweit hier gibt es wohl das messer ah wurft du das messer zack zack kein bock auf schwimmen ich gib noch nasefüß ach quatsch hm du kommst schon raus hier auf der ladefläche gibt es was schönes für dich ist das so ja oh yo hast du vollkommen recht nimmst du das andere was haben wir da ach langweilig ne bist du sicher ja naja ja du bist mir so ja ja du bist du das ja nein ich leck dich nicht am allerwerdest ich glaube ich muss mal wirklich bei gelegenheit die steuerung umlegen wieso? achso wegen ducken? ja das solltest du definitiv machen das ist irgendwie... warte mal ich mach kurz mal den twitch manager zu vielleicht habe ich jetzt gleich noch ein bisschen mehr performance er geht gut auf die grafikkarte hey rote fässer sind meins ja rote fässer müssen wir drei popen machen ja ne wo war denn der? mhm 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 So, das kann man so machen. Das ist nur ein bisschen Munition, aber ich glaube da bin ich echt dran voll gerade. Schnaipi, schnaipi, schnaipi. Noch einer. Okay, such den pinken Schlüssel. Gibt es den im pinken Wald? Ja, vielleicht hinter der pinken Eiche. Was haben wir hier? What the hell? Auch nicht schlecht. Warten wir mal, was war das für eine? Ich kenne den Namen gerade nicht. Den Humperty haben wir auch nicht so häufig. Das ist eigentlich gar nicht. Kann ich nochmal wiederkommen bitte? Danke. Hm. Einmal nicht. Oh, schierst du dich, Süße? Nun sei doch nicht so. Oh, du. Hab gedacht, die kommt nochmal. Naja. Was soll's. Krass drauf. Achtung, Sniper. Achtung, Sniper. Achtung, Sniper. Achtung, Sniper. Das ist ein Mist. Ich brauch nur genau so eine Mittelhöhe irgendwie. Ne, das geht aber nicht. Er ist weg. Irgendwo ist es da noch, aber ich sehe es nicht. Oh, lol. Ich glaube, ich gehe mal ganz schnell hin und wechsle meine Konfigur mit der Steuerung. Ja, dauert ja nicht lange. Mach mal. Statue und Maus. Okay. So. Da ist die Info-Set. Mach mal das auf C. Du verstehst es nicht. Du wirst es nie verstehen. Ja, stimmt. Oho. Na, hast du Spaß? Oh ja. Haha. Oh, lol. Oh, lol. Ach, Auto-Region haben wir nicht. Okay. Dann halt ohne. Kann ich ja wohl. Also... Ach, nein. Hä? Hä? Geh fett? Hä? Hä? Meine Kugel bleibt irgendwo hängen. Oh. gibt es hier trainieren was panzerbrechen und munition gibt es wo das neues hier auf dem tisch bitte nicht zu einer vulgärischen ich hätte gerne sie abloch macht viel mehr sinn schön mit dem ast ein über den schädel gezogen so hört sich das sagt er aus dem wald richtiger naturbusch zack dafür ein vergammeltes schwimmbad hier das kinder land schwenke ich schon geil Der hat deine letzten Atemzüge gegeben! Such's bei dem Gebeudin! Dort. Töter. Am tötesten. Ich geh da hoch! Ich bring dich auf! Ich bring dich auf! Gibt es da draußen was? Ja, ein paar Gegner. Hinter uns. Hm 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 hm. Guck mal, was gibt es da? Oben noch. Der heilige Geist schießt da. Wahrscheinlich. Oh, hier oben gibt es was Feines für dich. Oh, ich komm. Raketenwerfer. Nice. Genau meine Kragen weiter. Und auch noch Munition für dein, äh, Bein und Bogen. Hm. Kann ich super gebrauchen. Mal gucken, wo es hier hoch geht. Wo ist das Treffen aus? Okay. Hm. Hat gerade das Mausbett gestört. Ach egal. Der kommt schon. Oh, nice. Hab alles eingesammelt. Hm, Pizza gibt es auch. Was gibt es? Pizza gibt es auch. Ja. Find ich richtig gut. Okay. platz da wir kommen das manchmal ist hier so ein bisschen pinker nebel und ich frage mich warum was zu heißen keine ahnung was sehen meine augen da bin ich vor ihnen schön drin vorbeigerannt das war eine zielperson hinten anstellen da ist keiner oder keiner mehr mit dem buschcamper das weg und das her jawohl ich war es nicht wo ist er mal die blumen reingucken das sind keine ahnung ein paar blumenkinder am start blumenkinder am start das ist jetzt mal ohne scheiß es geht mir so auf den sack weil ich erkenne die kaum er mag es warm hat er gesagt hat er gesagt die blumenkinder am start der macht noch abschiedswinkewinkel abschiedswinkewinkel das ist viel zu übersichtlich ah ja mg gegen mg ja jetzt kann ich schon haben da wo ist schon weg irgendwas ballert mich noch ab da habe ich noch getroffen muss er ja so jetzt das war zu knapp aber schon gesagt finde ich echt gut irgendwie wird mal zum umdenken ok oh das ist stimmt da war was explodieren autos und so das ist ein Ergo Ja. Was ist der Sniper? Au. Shit. Okay, irgendwas rumpst dir ordentlich. Aha. Wo bist du? Ah, da. Shit. Oh. 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 Der ist gleich hinten in der Palme oder so. Ist weg. Der Ratchet hat so viele GPs, das ist ja der Knaller. Ja. Und da habe ich ehrlich gesagt, dass das Spiel noch so halbwegs gut läuft. Shit, da sehe ich nichts. Nee, war nichts mehr. Ja. Kaltier mal. Ja. Ja. Okay. Na Jungs, was ist da los? Gruppenkinder? Entschuldig. Oh, scheiße, LKW im Weg. Ach. Zum Glück liegen hier noch ein paar Mini-Packs. Das war. Gibt es denn LKW drinne was? In der Regel gibt es ja nie was, weil der Mapeditor ja mit dem Dingern rumpackt. Der Mapeditor buckt? Ja, und der buckt übelst, ey. Was macht er denn für einen Buck? So ein Backe, Backe. Cool. Na ja, schlimmer. Na okay. Nicht so appetitlich. Nicht so appetitlich. So, dann lasst mich mal ein bisschen rumschreien. Ich glaube es nur, dass die Jungs jetzt zu dem Gerant kommen. Das würde ich aber nicht wollen. Keiner gibt auf! Hilf mir! Bitte! Okay, wo kommt der jetzt her? Nein, von weiter. Das ist doch nur da. Ich glaube da. Uiuiui! Scheibenmodisch. Ah! Hast ihn? Nee, noch nicht. Aber ich weiß, wo er ist. Du hast ihn erwischt. Oh, okay. Na gut, da. Das Rakete hat eine ordentliche Ziele, bis die hier ist. Hat Oberschuld von der Bernstatt ausgefeuert. Ja, hab ich dann eben auch gesehen. Ich kann ja nicht so viele Raketen da oben haben, ey. Ich krieg maximal drei Stück rumgetragen. Hier drinnen gibt es wieder irgendwas. Sag mal, nein. Mach! Was hängt denn der Typ? Hä? Hä? Das ist ein bisschen sehr ungemütlich hier. Also hier in dem Ding da. In dem Ding da. Das sind alles Definitionen, mit denen ich direkt weiß, wo du bist, was ich mit anfangen muss. In dem Gebäude. Ich geb, glaube ich, besser auf und spawn bei dir. Dann würde ich mich aber beeilen, bevor ich mich auch im Arsch bin. Weil in dem Gebäude, da geht irgendwas nicht mit rechtem Ding zu. Da siehst du kein Licht drin. Schon klar. Hä? Das ist gerade hell schon. Schon klar. Vielleicht gibt es auch noch Slime dazu. Komm. Born endlich. Da ist sie erst sieben Zielpersonen getötet. Von zehn. Den hinter dir. Ich guck grad nochmal, ob es hier irgendwas Backtracking mäßig gibt. Oh ja, tatsächlich. Da ist einer. Hinter uns ist einer. Ja. Da war gar keiner. Auf der anderen Seite. Weil der Witz war. Ich hab ins Geburt reingeschaut. Und hab rausgeschaut. Ja. Hey. Was haben wir hier? Munition. Ja. 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 Da unten gibt es ja auch noch irgendwas. Ja. Mal gucken, was es dafür Waffen gibt. Mhm. Nichts Interessantes für mich. Wow. Fuck. Du bist schon wieder ins Feuer gelaufen. Ja. Hm. Wir nähern uns mit dem Annäherungssprickstoff. Oh lol. Oh. Yey. Ich habe alle wieder zu. Ja. Das ist, das ist, was ich tun kann. Die flügel. Sie müssen hier irgendwo sein. Du bist Mann. Oh. 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 Für unseren Vater! Geh mit Deckung! Nein, oben, oben! Links, rechts, links, rechts! War das nicht der Shit-Code? Dieser berühmte? Na, wieder Feuer verbrannt? Nein! gibt es denn noch was wir hatten kompletten weg das gefühlsmäßig hier sind wir doch vorhin schon mal oder oder ich bin mir nicht sicher ob das so ein abschnitt ist noch aber die schüssel glaube ich nicht gefunden da oben ist nix außer ne aussicht vielleicht ja das kann ich wieder bestreiten und dementieren ja komm noch ein stück zurück ja so und jetzt guckst du mal in die richtung wo ich gerade gucke ja was siehst du sie ja richtig ich muss gleich mal schnell boos dann gibt es noch so eine andere these ich mag immer da gucken wo wasserfälle sind kein richtiger wasserfall ist ein bisschen wassergeklenkel aber trotzdem jetzt ja nicht außer wasser und ein fall da gibt es noch guck mal so dicke wummen am start ja damit rooftop run reward pinkie wie geil ist das denn ich kann die gar nicht nehmen so nicht sauber dann bleibe ich halt war der sniper die ich aktuell ausgerüstet habe die ist auch nicht verkehrt so machen wir schon alles geklärt sieht so aus da hinten ist noch einer ich habe einen gefunden ich kann nicht so weit schießen bei der knarre doch jetzt habe ich einen äh guckst du stream kann du es sehen ja würde ich sagen gehen wir mal den reward abholen den rooftop run hoppy du mal für den spaß ob du die sniper aufnehmen kannst also ich kann sie nicht sowohl auch nicht okay habe ich irgendwas gesagt hast du mich gerade reden gehört was verstehst nicht naja gut macht nix kommst du irgendeiner hat mich gerade gesehen ok 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 so wir kommen jetzt rüber so das ist aber schon arsch knapp quatsch das hat er alles getestet alles austariert ja das ist der detail entspannt nein 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 hat er so gesagt lebst du noch nicht wirklich was heißt ich wirklich gleich wieder so verstehe so von einer einwände er kommt mir den holen also gesagt theoretisch gesehen bin ich mit meiner auswahl gerade ganz zufrieden ich habe mir so ein defekt bekommen munition jawohl ja das passt schon ja da würde ich sagen ab durchs plattdor scheiße was zum bums warte mal wieso muss man das jetzt noch mal machen oder haben jetzt ein key schon also ich habe ich habe was eingesammelt das weiß ich bin ich mir unschüssig ob wir das noch mal machen müssen ok was denn so früh abgesprungen und zu tief gefallen es gibt zu früh zu tief wenn ganz ja also ich warte jetzt mal bist du wieder am leben bist doch mal an 6 5 4 3 2 10 den hinter dir wird dann bleibst du mal kurz da gut jetzt ganz so geil ist da noch was ich wäre jetzt liebend gerne nochmal darüber um mir vielleicht noch eine andere waffe zu holen was für ansprüche der kann hat gibt es da hinten was wir haben ein paar kippen texturen aber sonst also da geht es nicht weiter oder was ich habe es nicht gesehen dass da weiter geht groß also sicherlich kommt so über die dächer halt überall hin aber ich denke mal das ist eher noch intended 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 so darfst du hier eine riesen waffen auswahl wo du stehst nicht mehr wieso was mit deiner waffe eingesammelt hast ist die weg ja aber wenn ich irgendwie da unten reinkäme wieder unten rein ach so die aliens und sowas gucken ob es irgendwie eine möglichkeit gibt in die bude reinzukommen ich habe nämlich auch kaum noch munition merke ich gerade und wenn ich nur wüsste wie man hier in die bude dann mal rein käme es könnte sein dass es der der pink ist ich mache es kurz ich habe kein gutes gefühl wenn ich die entkommen lasse ich sehe ungefähr welche richtung sie sind und haben sie uns verloren sag mal hast du die munitionskisten noch nicht hängen sammelt sie hier standen wohin ja ach so die sind jetzt weg bei dir ja ach so verstehe deswegen habe ich ja auch gemeint dass ich das geld fähig ist weg als kein träger mehr sehr lustig irgendwie packt das spiel danach ach quatsch oder wir packt mich es hat nur so findet wie komme ich in die bude rein junge das hat aber echt einnehmendes wesen nach war ja einfach das ist doch irgendwo noch inzwischen den game wo die ganzen waffen waren wo also eine zwischendecke ja doppelter boden so wie kommen wir in den rein so ich gehe jetzt mal zurück wo wir den key braucht jetzt mal das glaub ich dass ich auf dem richtigen weg bin werde ich aber gleich sehen ja ich komme auch vielleicht gibt es da hinten noch irgendwelche waffen die ich noch mal einsammeln kann das ist ja lustig direkt natürlich ja ich weiß nicht, ich habe mit der namensgebung schon den nagel auf den kopf getroffen das ist das paradies stimmt hier das war die nummer warte mal da kam er doch her kam er doch wieder hoch ich glaube ja hoch jetzt bin ich jetzt in die band sebagai fun jetzt in die band gebakkt das ist das Ich glaube wir müssen noch eine Zielperson Deswegen Ja genau das machen wir jetzt nicht, weil wir uns das Level aus Die können wir auch noch danach machen, aber ich will erstmal wissen was in dem Ding drin war Flasch ist Ok, das war es schon mal nicht Ist jetzt vorne oder hinten vom Haus gewesen? Äh warte, hier lang, hier lang Woher weißt du das? Wo ist hier? Guck mal, hier Hallo, stehen bleiben Andere Richtung Da wollte ich doch grad lang Was machst du denn? Ja ich erinnere mich Sind wir da oder da? Äh, gehen wir mal hier lang Ach guck mal wer der ist, genau da hin Hm? Ja hier Gibt's Waffen? Ja Sind welche da? Nö Ok, tschüss Bin ich immer gespannt Ja, bin drin Das war ja einfach Stand aber auch nicht Pinky da Stand nur Missionsobjekt dran an dem Teil Ich suche nur Gegner, aber ich weiß hier sind welche Ich hab noch nichts gefunden Da oben Da oben Da Ach ne Gucken wir Da schießt einer Mo No return Steht da Hat er so gesagt Ja, no return is no return! Könnte ein Bosskampf sein. Mit den Waffen? Na ja, gut. Oh, du wirst sowas von sterben! Stimmt. Ich wusste es. Ich sehe nichts. Price. Okay, in dem Fall ist die Waffe sinnvoller. Ah, scheiß. Gab's hier nicht auch eine Taschenlampe? Nein. Also, ich glaube das soll so. Mach dir den Reiz jetzt aus. Tapst hier im Dunkeln sinnbildlich. Das ist die Taschenlampe. Ach Mann, ich bin blöd. Als wieder lauf ich ins Feuer, ich Depp. Ehre, wem Ehre gewührt. Danke. Ah. Hallo? Hallo erstmal. Ich suche aber auch gerade, ich weiß auch gar nicht, was es lang geht. Ich habe eine rudimentäre Vorstellung. Ah ja. Sehr gut. Hier geht's lang. Ich bin exakt von vorbeigelaufen. Das sind infected. Ja, das sind definitiv infected. Ja, das sind definitiv infected. Hä? Gut. Warte mal auf mich. Ah so. Was hält dich auf? Du hast Fifi erschossen. Autorized Vertical. Das ist jede Fahrzeuge und Personal. Fahrzeuge? Hier drin? Wird schwierig. Ich bin der Dirt Devil. Wo geht ein bisschen? Der Nebelschwarte hier. Naja, das ist ein bisschen... Ahja, verstehe ich jetzt den Zweck von der Nummer. Okay. Man fratzt irgendwo ab oder was? Hmmmm, nein. Ungefähr genau hier. So, und jetzt wohin? Bin ich auch noch nicht so 100% sicher. Erstmal auftauchen machen. Luft holen. Ne, ich glaube... Irgendwas unten. Okay, das ist ein bisschen mies jetzt. Geht's da nicht weiter, oder was? Äh, es fühlt sich jetzt nicht so an, als ob's da weitergeht. Scheiße, das ist immer noch weiter oben. Okay, also ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie viel Leben ich verloren habe. Ich glaube, ich glaube schon, dass es da unten weitergeht. Ja, das ist auf jeden Fall. Schlechte Sicht, nur nicht wäre dabei. Ach, gucke. Du bist so aus von sterben. Neu. Oh. Haha, sehr geil. Da sind die zu tief versprochen. Von einem staatenlosen Böhm. Muss ich erklären, was passiert, wenn unser Held ihn in den Kopf schießt? Okay. Okay. Und dann geht unser Held schwimmen. Äh. Die Träger, die... Da ist der Heli jetzt. Okay, verstehe. Waffen? Da kommt die Tür rein, das erste. Waffen? Übrigens, wir waren hier schon mal, wenn ich mich recht entsinne. Obwohl, nee, waren wir nicht. War das zurück, überhaupt das Gegenteil. Gibt's im Nachbargebäude vielleicht was Schöneres? Doch, natürlich waren wir hier schon gewesen. Klar. Deswegen sind nur so wenig Waffen da. Da vorne im Turm vielleicht. Wenn der Hauptcharakter sie trifft, explodieren sie. So ist das. Das ist das, dass der Hauptschmerkollekt. Innen der Hauptschmerkollekt und der Hauptschmerkollekt. Das ist das, was das Ratschmerkroll. Da bin ich jetzt mal gespannt, wo die Rense weitergeht. Oh, da ist ein Waffentisch. Ja, hier ist auch einer. Irgendwo ist so eine Piepe rum. Vielleicht gibt es so ein Gebäude drin oder so. Irgendwo bist du gerade dagegen geflogen, ne? Das war die Palme, ja. Ach, shit, das war der letzte wahrscheinlich. Doch nicht. Hä? Und jetzt? Warum? Was habe ich gemacht? Hä? Okay, Ratchet, das musst du mir jetzt erklären. Warte mal. Also, ich bin mit dem Helikopter geflogen, hab dem Typ oben auf dem Dach weg gemacht und bin dann direkt raus teleportiert worden, um zu sterben. Was? Okay, das war echt gemein, Digga. Alles klar. Oder, aber es ist der Zehnte tatsächlich gewesen und es war im Prinzip dann, du hast die Map geschafft, bist aber gestorben. Künstlerische Freiheit, würde ich sagen. Ja. Die Set bitte eigentlich noch da? Ja, ja. Okay. Tust dir unser Gelaber freiwillig an. Ja, bleibt mir was anderes übrig. Kann man grad sagen. Ziemlich gearscht, Leute. Ähm. Ja, keine Ahnung. Wollen wir Ratchet vielleicht noch in den Tails reinholen? Wollen wir mal machen? Wollen wir mal machen? Wollen wir mal mit? Ei. Warte mal. Wo ist man das dort? Ihr habt's falsch gemacht, sagt er. Oh oh. Hahaha. Ratchet. Wir auch immer. Oder so wie immer. Ähm. Dragon, was macht denn dein Nacken? Noch geht's. Hat er so gesagt. Warte mal. Das ist nicht das Ding. Da mach's doch. Tack. Das Ups war einfach mal gut. Aber ich glaube, bevor wir loslegen, gehe ich gerade nochmal woanders hin. Geh mal woanders hin. Ich habe Redcard die Daten nochmal geschickt, dass ich es noch gespeichert hatte. Ich bin gleich wieder da. Mach das. Mach mal. Was, ihr es falsch gemacht? Eigentlich ich? Hä? Ich bin verwirrt. Na guck mal, hier im Quarantänenraum ist Rachel schon drin. Kann ich ihn hochziehen? Ne, kann ich nicht. Siehst du, warst du gerade mal so nett? Äh, unten alles im Willkommenraum. Was? Wenn es jetzt um die Daten geht. Äh, ne, ne, er ist unten im Willkommenraum drin, aber wir müssen es mal hochziehen. Nur Momente. Ja. 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 Hallo. Kurz vor der Zehnten haben wir gesagt, wir holen erstmal den Heli. Teleportiert es dich eigentlich rein. Ach, lustig. Und von dem Raum teleportiert es dich raus und dann kommst du erst zu dem Affen. Vielleicht müssen wir mal was easy machen, vielleicht, äh, ist es bei dem Hard. Ne, das Hard ist eigentlich die normalen. Achso, die bugfreie Reversion. Es ist eigentlich beides gleich. Aber das hatte ich noch nie. Okay, du hast es wahrscheinlich aber auch nicht ganz gesehen, den Stream jetzt? Ne, ganz zum Schluss. Ja, okay, schade. Ja, keine Ahnung, dann, wir spielen es einfach nochmal. Komisch. Dragon, bist du wieder am Start? Jawoll. Direkt nochmal. Tag, rein da. Das ist ja zu wild, also. Weißt du ja, den blöden Altitor hat es mir nicht gefallen bei irgendwelchen Bugs. Da weiß ich, ich finde es halt echt krass, dass es überhaupt läuft mit so vielen Gegnern. Äh, ja. Das ist, äh. Nein, so viele Gegner wie auf der anderen Karte. Die Karte ist halt kleiner. Also, wir lesen mal. Todeswunsch, bla. Dann haben wir hier die Knüppelscher am Start. Wie gefällt es euch so? Ist geil, ist echt geil gemacht. Ja, geil. Danke. Und dann haben wir hier die Knüppelscher am Start. So viel Blut. So viel Blut. So viel Blut. Und dann haben wir hier die Knüppelscher am Start. So viel Blut. wo ist mama nicht die mama ich finds richtig gut auch der anfang gefällt mir übelst gut das das war auch mein ziel das mir schon wie lange hast du im trailer gehangen fünf stunden oder was schnell gewesen was hast du für ein programm genommen okay das ja das ist optimiert ich habe mich mit shortcut maus an der gesetz wir wissen einmal im kreisglaub nicht weiß weil wir müssen nämlich hier unten in die höhle rein digga und ich war das ist das video wo ich den wo ich meinen rechner zusammenbau ich glaube ich habe da bestimmt zehn stunden dran gesessen locker weil dieses programm so träge langsam war nicht schon wieder abfackeln ich deppler immer in die blöden fackeln rein die fackeln haben die dragon gern ja ja und wie zum brennen gern gerade dass du kein feuer spucken kannst aber brennen kann auch gut als dragon müsste doch eigentlich im wund gegen feuer sein ja müsste müsste mal alleine spielen mal ausprobieren dann ist dann einige schwerer ja das werde ich die tage mal versuchen hast du schon wieder urlaub oder was jetzt am wochenende irgendwann vielleicht war deswegen klappt es immer erst neun bei dir ähm acht äh sieben ne 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 du bist ich findest du bist schon ziemlich gut wie hast du nicht die die aufnahmen dann aufs ipad bekommen habe seine cloud hochgezogen von der cloud runter geht so die icloud nein okay das ist natürlich eine option das ist ein bisschen länger gedauert weil mir ist nichts anderes eingefangen ja so schwierig also das einzige was mir noch einfällt würde wäre das in nordisch irgendwo dazwischen als box dachte ich mir probiere ich das einfach mal aus und das hat super mega die auflösung ist nicht so gut ich finde es aber für den trailer bin ich echt in ordnung aber da kommt schon neues video ich habe sozusagen ein speedrun auf der karte gemacht ja ich habe es gesehen das fand ich schon ziemlich cool wie das gemacht hast aber da hat was nicht gesponnen dann habe ich wieder gelöscht und jetzt kommt das richtig okay aber es eigentlich fast dasselbe aber es geht noch schneller glaube ich ja natürlich glaube dass nun die karte bestimmte zehn minuten durch spielen kann ja das glaube ich auch kann das theoretisch gesehen kannst du hier das wasser direkt nutzen um an den ganzen gegner vorbeizuschwimmen aber ist halt kein chat skater ja das richtig vielleicht mal von zehn minuten sprechen das ist glaube ich entspannt möglich aber da gibt es ja abkürzungen und so wobei das weiß noch nicht ganz weiß ist wo die positionen der zielpersonen sind aber ich glaube das ist das ist glaube ich das was du wissen musst die sind immer in der nähe von den weißen punkten achso ich stehe das ist dazu da ist auch immer eine waffe und ich habe halt den wegpunkt auf die waffe gelegt wenn du die wegpunkte abklappt warst das war nicht der letzte den ich weggemacht habe ja dann man tötet sie eh wenn man da einfach vorbei läuft sozusagen ich versuche mal ich versuche mal schnell zu den punkten zu rennen wo wir den rooftop machen können was ich sagen muss dass da richtig gut funktioniert bei der karte ist die ki endlich mal ja wie kommt eigentlich weiß es selber nicht ausreichend auf dem area das leiden gegen den baum funktioniert hat nicht so gut auch super haben wir sind ganz schön zwischendrin soll der holiday sein aber tödliche holiday das auf dem holodeck na mega am besten gefällt euch das bäschild wahrscheinlich ich kann ja nicht sagen was mir eigentlich am besten gefällt eigentlich ist die karte insgesamt richtig ich habe keinen einzigen fall benutzt bis jetzt fast wohl stimmt nicht habe vorhin welche benutzt aber aber jetzt glaube ich keinen bedarf dafür es manchmal ist echt schwierig festzustellen wo die gegner ein treffen aber das habe ich auch mit absicht zu gemacht hat mir die spannung zu halten ach der herr geht hinten rum ich gehe hinten rum ja ist entspannt haben wir durch die bunkern zurück was will er das sagt er dir schon persönlich auch der aber lange bis er sich da nach hinten mal hinterlegt das ist schauspieler von beruf schmeckt aber ich muss vielleicht bald wieder weg leider warte mal was gucken was denn hier los wieso was ist da los eine tür mit irgendeinem geschleuse mit rauch ah ja guter punkt ich habe keine ahnung ha ha it's happening wir sind ein kleines bisschen eingekehlt würde ich sagen ich glaube ich weiß was da mal wenn man da durchgeht dann kommt man auch shit da wird der irgendeine shotgun und ich sehe nicht ja ok also das schöne ist mal wenn wenn dragon ja sagt dann meinte ich bin tot doch das schon rausbekommen ok also das nächste mal gehe ich durch keine rauchigen türen du könntest ja wieder zurück gehen ihr könnt durch die tür wieder reingehen ach so echt das geht ja damit der herr nicht so schnell ich habe mal noch keine zeit und die framerate geht schon manchmal ein bisschen in den keller ja aber nur am anfang also danach geht es und auf dem baschschild finde ich auch echt das ist mir noch nicht so aufgefallen ich muss doch kein bogen mit ich muss jetzt leider wieder los alles klar euch viel spaß noch dankeschön ich werde doch nochmal reinschauen ja würde mich freuen dann bis dann bis zum nächsten mal scheiße welche taste waren das nun mal wo man den schuss modus bei manchen machen umschalten kann cdb bei mir ist es zumindestens v ich wusste das ist irgendwas unten war 私 ist wie wie du Willst du ein bisschen Fisch? Mach nicht so, danke. Was haben wir hier noch? Alter, der rennt schon wieder wie Einzelplotter. Ajo. So, was hat er denn nicht? Na, was ist das? Was ist das? Das ist gereichert. Darum. Und der fällt runter. Mhm. Hat er Plups gemacht. Ja. Ist er. Hoch hinaus. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich jetzt die Sniper aufnehmen kann. Wenn du sie nicht nimmst. Jetzt geht's. Mal komm schon. Ich habe irgendwie vorhin mein Spiel wohl etwas gepackt. Hm. Ich bin schräg. Ich bin schräg gesprungen. Ich habe es ja schon gemerkt, als ich abgesprungen bin. Warte. Ich spawne kurz. Ja, ja. Ich warte, bis du gespawnt bist. Aber jetzt habe ich schon mal das Schild zumindest zum Bash gefunden. Also, ne, den Weg zum Bash gefunden. So rum. Jupp, läuft's. Hä? Okay. Knicken. Ja. Wie dumm. Wie dumm. Wie dumm. Wie dumm. Ja gut. Wie dumm. Direkt hinterher gesprungen. Ja, ist ja gut. Digga sind vier, ich freu mich. So, hart. Von mir aus. Schießt! Wer ist der Ransa Home? Gah! Verletzt! Sie ist weiter! Na! Töp! Töp! N Oh no!" Was ist das? Ich habe eine Frage der Zeit, Lady! Bogen! Das ist eigentlich eine Idee, ja. Daneben lagen noch Pfeile, ne? Oder hast du genug? Weiß ich glaube nicht. Sieht runter? Ich habe 21, also passt. Einen kriege ich eh gleich wieder. Ja, 22, ich bin glaube ich voll. So machst du schon. Ja, ich glaube das mit den Waffen war im Nachbarkreude. Was ist das? Ja, das ist gut. Oh... Ja, das ist gut. Ich nehme die Hände. Das ist gut. Ich nehme die Hände. Und dann geht es gut. Ich nehme die Hände. Okay. Da ist das nicht so gut. Hallo, du bist da oben, stimmt da gab es nur Sniper. Hä? Was ist mit dem Vieh los? Gut. Mietz, 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 mietz. Ausgemienst. Kittens, ey. Was? Munition ist immer gut. Wo hat er mich jetzt erwischt? Achso, hinter uns ist der Wachtturm, richtig. Hab ich ganz vergessen. Du solltest dich was schämen! Ja, hast recht. Ach, hier gibt es nicht zu sehen, wo wir weitergehen. GutEM Okay, ich versuche mir bald. Ah, hier habe ich compliqué. Wer stöhnt denn da schon wieder so? Ich hab keine Ahnung. Ob die nochmal spawnt? Nein. Glaube nicht. Naja. Ich weiß, warum ich so wenig Anlauf hatte. Weil ich aus der Atem war. Das ist halt, wenn man ständig so vorne weg rennt. Wieso? Wer rennt hier vorne weg? Was du meinst? Waffenbesitzer sind meistens verantwortlich. Er sagte meistens. Was treibst du gerade? Ach, der Atem. Okay. Gut. 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 G Nah, malen. mhm Ehm Das Nehmen wir Jo Ah Munition ja Braucht hier was? Naja geht so Ja hab ich grad weggeschmissen So So Also angeblich sollen wir jetzt da unten drin spawnen, sagt Ratchet ne? Wo sind wir? Achso der sind wir in den Waffen Ja dann gehen wir da rein So Ja Das spawnpunkt ist nämlich komplett worden So Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt den Schlüssel Ja 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 Ich werde dann selber mit Vorstand Das gestaltet sich schwierig, was er vor hat Entschuldigung. Was ist das für ein Fluttermann hier? Das ist Batman. Ja klar. Batman! So, no return. Wird hier oben bleiben? Und was soll das bringen? Geh mal runter. bei dir wird es dann auch dunkel oder was warte mal auf mich so was hält ich ja okay ja ich habe eine weile gedauert bis ich den kletterpunkt gefunden habe genauso wenn ich irgendwas hallo da ne oder wenn hält deswegen da bist du dir jetzt sicher dass du hält wirst ja da war mir eben auf der statur gewesen ich bin mit mir die sekunde habe ich das gesehen und ich habe auch genau gehört dass seine zweite sprecher animation angefangen hat die da von der anderen überlagert wurde ich hatte noch gar nicht erschossen ich habe den affen wohl umgenietet hast du nicht hast du nicht definitiv nicht das war ein timer definitiv nicht so jetzt jetzt fliege ich noch mal aufs dach wo wir eigentlich eigentlich waren und ich sage dir dann sterben wir wieder einfach so sie trifft explodieren sie was wir werden vorab geschossen je nachdem siehst du dieses gebäude wo diese kästchen drauf sind weiß nicht mal welche waren das das gebäude finden die insel ist ja gar nicht so groß ich glaube ich hab's dass da ist es da war nämlich auch kurz gewesen so den typen ich jetzt doch mal um das ist genau das problem als reproduzierbar ich habe kein fallschirm gleich verrecken war logisch und klatsch und tot also die kerle dürfen wir nicht umgehen nein das hat damit nichts zu tun also in dem moment ist das game verbuggt oder die karte ist verbuggt du bist für eine millisekunde bist du genau auf diesem dach wo man den typ nämlich angefangen haben um den typen zu locken und wenn der wahrscheinlich musste erst sterben dann kommst du zum affen bei ich bin mir nicht ganz sicher also welches hat aber schon gesagt dass beim upload prozess halt auch mal irgendwas anderes passiert wie im tatsächlichen level editor ich würde sagen bleibt spannend ich gebe es mal ich gebe es mal welche zur kontrolle und zum nachsehen ich glaube die map hat viel potenzial also sehr viel potenzial macht auf jeden fall spaß bis dahin adieu ja Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020